Hey Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo und zwar wie man hier schon sieht mein PC ja und was ist mit diesem PC der ist kaputt ja das ist ziemlich beschissen er geht zwar noch an aber alle Hardware die angeschlossen ist wird nicht erkannt ich vermute mal dass irgendwas mit dem Mainboard Grafikkarte Prozessor Arbeitsschweiger irgendwie sowas ist so gut kenn ich mich dann auch nicht aus ich hoffe nur dass es nichts mit der Festplatte ist weil dann wären wahrscheinlich die ganzen Spielstände weg so was bedeutet das? das bedeutet weil zusätzlich auch noch mein Headset momentan kaputt ist und ich da ein neues kriege oder das repariert kriege dass jetzt erstmal so lange keine Videos kommen bis dieser PC und das Headset ersetzt oder wieder da sind beim PC wahrscheinlich eher Reparatur ich glaube nicht dass sie den mehr setzen ja also ihr müsst jetzt erstmal eine Weile ohne meine Videos auskommen ich nehme das hier gerade übrigens live von meinem Handy auf weil natürlich auch mein Render- und Bearbeitungsprogramm auf diesem PC ist und das kann ich jetzt nicht benutzen ich habe zwar noch einen Laptop aber der ist eigentlich so gut wie zu nichts fähig weil der mittlerweile glaube ich auch schon sechs Jahre alt ist also da kann man auch nichts erwarten ja also kurz und knackig PC kaputt Headset kaputt bedeutet keine Let's Plays oder sonstige Videos ihr müsst jetzt eine Weile ohne mich auskommen seid tapfer seid stark ja ihr kriegt das aber hin gut lange Rede kurzer Sinn ihr haltet jetzt wahrscheinlich ein oder zwei Wochen ohne mich aus zwangsläufig und dann hören wir uns wahrscheinlich wenn hier alles wieder heil ist in der Einsatzzentrale dann hören wir uns wieder ja gut dann lade ich dieses Video jetzt mal hoch ihr seht es ja jetzt gerade eh und ja bis an 3 cool im den Untertitelung des ZDF, 2020